Da läuft nichts mehr ohne Bestechung. Du hast die Klausur verhauen. Und nicht Dings hier, Heckfurt. Schreibt sich zu lohnen, so der Professor. Du könntest ein paar Vitamine gebrauchen. Für mich echt? Nur nicht mit erwischen lassen. Essen ist hier nicht erlaubt. Okay. Ich hab mal da noch. Komm, ich nehm dir was ab. Na, deine Klausuren waren bestimmt auch gut. Dann hast du einen Top-Examen. Ruf zu Heckfurt. Das sollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Oh. Schön, dass Sie noch dran gedacht haben. So ein Handikant ist noch nicht spurlos abgekriegt. Wir brauchen Beweise. Wo sollen wir die finden? In Heckfurt's Büro natürlich. ım Bis zum nächsten Mal.